Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der älteste Clash of Clans Spieler hier im Land, hier im Raum, bin ich auf jeden Fall der älteste Clash of Clans Spieler und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir in Thorsten. Ihr seht, ich habe ein paar Pässe gekauft, nämlich die Event-Pässe für das Spiegel-Event und solltet ihr auf jeden Fall auch machen, beziehungsweise solltet ihr nicht machen. Ihr könnt nämlich zwei Stück bei mir gewinnen, ihr wisst, ich weiß, hier gibt es jetzt im Moment nur drei, aber das ganze Zeug hier gab es halt im Store mit dazu, wenn ihr also im Store kauft, dann bekommt ihr noch ein paar Goodies, ich müsste jetzt eigentlich noch einen bekommen, ja. Ich habe nämlich vier Stück gekauft, zwei gönne ich mir immer ja selber und zwei für euch, verlosen wir am Wochenende würde ich sagen und auch wenn ihr den Pass schon habt, also euch den Event-Pass gekauft habt, könnt ihr den Pass ruhig annehmen von mir, also wenn ihr ihn gewinnen solltet, denn der stackt. Also ihr könnt ihn einfach dann irgendwann benutzen für irgendeinen Pass oder was auch immer und ihr müsst das hier nicht in diesem Passspiel jetzt machen. Ich habe heute Morgen schon einmal gestartet, deswegen kommt das Tutorial nicht, ich habe so ein bisschen umgebaut hier gemäß der Olympischen Spiele, die am diesem Wochenende vorbeigehen, also habe ich das so ein bisschen hier so ein bisschen gebündelt, also das Schwimmbecken und auch das, was der Riese da macht, aber erstmal würde ich sagen, grinden wir den Pass. Ich habe den Spiegel noch nicht ganz verstanden, der Spiegel ist keine Neuart, sage ich jetzt mal bei Supercell, der Spiegel ist eigentlich schon eine bekannte Spielkarte bei Clash Royale, damit konnte man allerdings mehrere Sachen spiegeln, also nicht nur das, was man jetzt hier spiegeln kann, aber lasst uns erstmal reingehen, wir aktivieren erstmal den Pass, wir kriegen 1000 Bonus da rein, sehr cool, wollen wir natürlich machen und damit haben wir jetzt ganz ganz viel, was wir jetzt auch schon claimen können, also Erze, Erze, Boost, richtig coole Sachen, mag ich eigentlich immer und eine neue Truppe oder eine andere Truppe, die ich noch nicht verstanden habe aus dem Event, das Event muss ich auch noch spielen, die habe ich noch nicht verstanden, es ist ein Mecha, okay und sowas ähnliches wie ein, Päcker mit Schwert würde ich sagen, Päcker mit Schwert und jetzt können wir natürlich schon traden gehen, für satte 3100 gibt es den und was ist das? Ah, das ist ja mal cool, dieser Riese da, das sieht ja cool aus, okay, das kriegt man schon wieder Zweifel, ne, kriegt man schon wieder Zweifel, okay, ah, die Sachen sehen echt gut aus, die Sachen sehen wirklich gut aus und hier gibt es dann natürlich die normalen Sachen, die es eigentlich immer so gibt, hier beim netten Trader und mit Gems, das habe ich alles schon gesammelt, das muss ich noch machen, also geht es hier auf jeden Fall voran und jetzt muss ich noch mal schauen, wo das Ganze erklärt war, ich glaube hier ging es auf eine Webseite und hier ging es in die Beschreibung, das Ganze läuft richtig lange, muss ich sagen, 20 satte 20 Tage, das ist echt cool, aber wie viel kann man denn hier eigentlich machen? Wie viel können wir hier eigentlich machen? Am Ende, lass gucken, hier können wir wieder mehr machen, Bonus-Tracks wahrscheinlich wieder, wie weit der Bonus-Track jetzt geht, weiß ich nicht, aber 20 Tage ist schon ziemlich lang, das heißt also, das wird eine richtige Durstrecke hier, das mit wirklich vielen, oder was heißt mit vielen Accounts zu machen, aber der Spiegel ist hier auch einmal erklärt und Magic Mirror, also magischer Spiegel und er spiegelt hier halt die Königin, ist das also eine Ausrüstung only für die Königin und was natürlich echt stark erscheint, ne meine Herren, das erscheint wirklich, wirklich stark, okay, mit dem Klonzauber kriegst du ja keinen Helden geklont, also gibt es jetzt dann den Spiegel zumindest schon mal für die Queen, es wäre natürlich cool, wenn man den Spiegel weiterreichen könnte und was aber wahrscheinlich nicht möglich sein wird, denn die Queen ist natürlich die schönste im ganzen Clash of Clans Land. Ja, wir sind auch noch in der laufenden Liga, allerdings am letzten Ligaspieltag und wir haben letztendlich aber hier noch einen ganz normalen Clankrieg gestartet, im Clan von Verlieb, so heißt er und wollen wir mal reinschauen, wie sich die Jungs und Mädels hier schlagen, ich bin auch mit zwei Accounts dabei, also auch neben der Liga, wir haben übrigens in allen Clans, kann ich glaube ich jetzt ruhig schon vorwegnehmen, den oder die Liga gehalten, was auch echt krass ist und aber noch krasser war natürlich meine Faulheit diese Woche, die war echt nicht zu schlagen bei dem tollen Wetter, also keine Videos, es sind auch keine Lösung, so ein bisschen will ich ja für euch festhalten, bevor dann wieder irgendwas kommt, Wiederholung nicht da oder was auch immer, habe ich jetzt eigentlich wieder mit gerechnet, weil ich ja wusste, dass das Event hier heute losgeht, habe ich eigentlich gedacht, oh Gott, wenn da wieder Wartung ist, dann sind die Wiederholungen wieder alle weg und so weiter, aber sie sind ja noch da, ist ja auch nicht schlecht und so kann man den einen oder anderen Angriff noch mal hinterher gucken, hier mit Superdrachen, ich habe auch gesehen, dass meine Base wieder sagenhaft mit 99% hier gedefft hat, das ist auch nicht schlecht und bin aber auch noch gar nicht zum Clash of Clans spielen gekommen, war jetzt eben das erste Mal hier ingame, die iPads, ich weiß nicht, wenn ihr auch ein iPad habt, haben heute nochmal ein kleines Sicherheitsupdate bekommen, solltet ihr auf jeden Fall unbedingt machen, weil dort einige Fehlerbehebungen mit drin sind, was die Sicherheit des iPadOS angeht und dadurch hat sich das Ganze hier so ein bisschen verzögert, solche Sachen mache ich eigentlich immer relativ früh und lasse das nicht schlüren oder so, ich muss ja immer zusehen, dass ich funktionierende Ausrüstungen hier habe, um auch mit euch ein paar Clash of Clans Videos A zu machen und B natürlich auch das Ganze in den Livestreams zu haben, sehr schön hier, sehe ich jetzt immer öfter die Ausrüstung hier mit den Heilern an der Queen, also das beobachte ich jetzt des Öfteren, klar, der Scattershot macht natürlich jetzt den armen Heiler kaputt, aber das habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass die wirklich sehr, sehr gerne genommen wird und, oh, das war aber wirklich letzte Rille hier, ne, Mann, okay, der letzte Drachen auch noch gestorben, auch nicht schlecht, die Queen muss es reißen und das noch ohne Spiegel, ich bin wirklich mal gespannt und wir gehen aber auch, glaube ich, mal rein, mal sehen, was wir eigentlich machen müssen, ich glaube, wir müssen Magiertümer machen, so wie ich das verstanden habe und, ähm, weil die Magier, ähm, ne, das war nicht richtig, die Magier, ähm, sind da ja so ein bisschen im Clinch mit der, mit den Besen, Besenhexen sind das, ne, diese kleinen Dinger, ne, Besenhexen, wie gesagt, ich habe das, ich habe das Event noch gar nicht gespielt und gehen wir mal rein, was wir eigentlich tatsächlich machen müssen, die Dinger müssen eigentlich jetzt wieder highlighten hier, ähm, das machen sie auch, oder? Ah, ne, es gibt nichts, ah, doch, hier, okay, Magierturm da und, ist es noch 100 Punkte? Ah, ne, 200 Punkte, okay, naja, das ist ja noch ein bisschen wenig, ne, das ist ja noch ein bisschen wenig im Moment, ne, finde ich, Hm, na, okay, nun gut, müssen wir durch und gehen wir auch durch, so, mal gucken, wie weit, wie weit unser Ballon denn da kommt, ich denke mal, der kommt nicht ganz so weit, oh, ja, gut, oh, das ist echt cool, jawohl, gleich voll in den Gift reingeballert, ne, aber da sind nicht alle drin gestorben, oder doch? Ach, ne, noch nicht, noch nicht alle, okay, habe ich gar nicht darauf geachtet, dass da so ein oller Giftturm auslöst, ach, sehr ärgerlich, aber jetzt sind sie doch alle irgendwie gestorben, okay, dann, ähm, müssen wir ja die Türme da mitnehmen, ne, damit wir die mitnehmen, kommen wir mal von, von der Seite hier unten, eins, zwei, drei, ja, ich glaube, das ist mir auch noch nie passiert, dass ich hier so, so in die Gifttürme reinballer, aber gut, und den, hier, wie habe ich den eigentlich geküppt, weiß es gar nicht, wie ich den geküppt habe, aber den ersten Turm haben wir schon, sehr schön, eben mal den King zücken hier, ein paar Magier hier hinterher geschickt, oh, der Monolith ballert da schon, okay, müssen wir hier schon mit unseren Druiden so ein bisschen nachkommen, aber noch sieht es ganz gut aus, ich habe, ah, ne, ich habe ja nicht den Haste, ne, ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, immer noch den großen Speer, oder? Ich muss mal gerade gucken, nach den Hocks, habe ich ja, ich habe hier noch den großen Speer equipped, eigentlich wollte ich den großen Speer nicht mehr equipped, ich wollte den Haste dafür nehmen, bei den, bei den Sachen hier, wenn ich also hier einen, einen Route Rider Angriff mache, wollte ich gar nicht den großen Speer nehmen, jetzt habe ich ihn ja doch genommen, und, ähm, aber, ah, mein Rollchampion kriegt da hinten auch nicht, nicht mehr alles, meine Queen bekommt noch den Monolithen, ja, wieso geht die, wieso geht die eigentlich auf die Bauhütte, die erst daneben steht, der Monolith war ganz klar näher dran, glaube ich, ähm, aber hier versuchen es noch einige Truppen hier hinten, am Rathaus, und die Bären tanken nach wie vor wirklich, wirklich gut, also der Druide ist eine echte Bereicherung dieses Spiels, würde ich sagen, ähm, was, ähm, vor allen Dingen das Tanken angeht, den Heilfaktor sehe ich eigentlich gar nicht so, ich sehe eher, äh, das ganze Rumgetanke hier, weil das kann der richtig, richtig gut, und, oder das können die richtig, richtig gut, okay, jetzt kriegen wir, ja, aber ich glaube, wir haben alle Punkte mitgenommen bekommen, aber jetzt wohl die Bonuspunkte nicht, weil wir denen jetzt nicht gedreiert haben, naja, ich will mal schauen, dass ich, äh, das Event auf jeden Fall so ein bisschen für mich hier in Anspruch nehme, und das war ein bisschen mehr Spiele als, als normal, ich sag mal so mindestens zwei, drei Angriffe pro Tag sollten eigentlich drin sein, mit den Accounts, solltet ihr auch machen, jetzt ist die Zeit, um mal gucken, was es dafür noch gab, es gab aber keine zusätzlichen Medaillen, ich habe jetzt nur 300 von denen bekommen, weil ich wahrscheinlich nicht gedreiert habe, oder, oder es gibt keinen Bonus, weiß ich nicht genau, es kann natürlich sein, dass es auch keinen Bonus gibt, mit 90 kann ich mir den immer wieder, wieder weiter kaufen, das ist auch nicht schlecht, nehmen wir aber nochmal mit, und farm damit nochmal so ein bisschen rum, hier ist auch noch ein bisschen drin, Leute, ah ja, nur dunkles, okay, da muss ich wieder ein bisschen dunkles hier unten vercraften, nehmen wir mal hier das dunkle, und, habe ich da genug drin, ah ne, hier habe ich gar nicht genug drin, das finde ich übrigens auch in der Szene, von dieser Szene Riese sehr, sehr, sehr witzig, dass hier in der Mitte das Schiff ist, und nicht außen, so, da können wir jetzt, das können wir gleich aber machen hier, das heißt also, ich müsste hier jetzt schon noch ein bisschen Erz, machen können, jawohl, Kraft, müssen wir noch ein bisschen dunkles ausgeben, glaube ich, den können wir noch nicht machen, dann gehen wir ein bisschen dunkles aus, kriegen wir ja in jedem Fall wieder rein, ich weiß, es ist schade ums Dunkle, aber man kann halt keine Mauern mit dunklem machen, so werde ich es ein bisschen los, und kann es mal überall wieder rausholen, ein Hint an die Entwinkler, vielleicht auch mal mit dem dunklen Zeug, wenn man es denn über hat, nicht nur in der Schmiede zu verballern, sondern vielleicht auch in Mauern einzutauschen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen, von dem Spiegel-Event, beziehungsweise, ich bin erstmal gespannt, was der Spiegel denn am Ende kann, erstmal spare ich im Moment, ihr seht das, spare ich im Moment auf, natürlich eine neue Ausrüstung zu leveln, ich war eigentlich dabei, den Feuerball hier zu leveln, den ich auch benutzen wollte, mit 20 kann ich den, glaube ich, benutzen, wenn ich zwei Erdbebenzauber dabei habe, also ich könnte ihn jetzt schon nutzen, möchte ihn aber nicht weiter leveln, hier nehme ich jetzt den Pfeil raus, bevor ich es wieder vergesse, und nehme die Haste-Flasche mit rein, Equip hier rein, und ich glaube, so sieht das besser aus, und jetzt habe ich gleich wieder einen Hockangriff, da muss ich auch immer dran denken, dass ich dann hier auch gegen das Lebensbuch hier tausche, oder gegen das Heidebuch tausche. Okay, zum Wochenende, denkt dran, Twitch.tv-2-2-2-Clashed, es gibt ein paar Pässe zu gewinnen, nicht nur Goldpässe, sondern ich habe jetzt auch andere Pässe, 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 müssen eigentlich noch mehr haben, an Pässen, ich habe eigentlich alles vergeben, ah, hier seht ihr das, fünf Stück habe ich noch, einer, einen bekommt jetzt Avatar, zwei Eventpässe, und zwei Goldpässe habe ich noch für euch, erinnert mich einfach mal im Stream dran, dass wir ja mal auch was zu verlosen hatten, ich habe da gestern wieder nicht dran gedacht, weil ich wollte die eigentlich diese Woche auf jeden Fall loswerden, und ihr braucht, ihr könnt euch den Pass ruhig mit erspielen, erstackt, ihr habt das gesehen, fünf Stück habe ich jetzt, wenn ihr also jetzt schon den Eventpass gekauft habt, dann habt ihr im nächsten Event, und es werden ja noch einige Events hier folgen, habt da mal einen. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da abonnieren, nicht vergessen, am Kanal dranbleiben, und dann schmeiße ich das Ganze jetzt in den, ich wollte gerade sagen, in den Spiegel, nein, in die Schneidesoftware, lad das hoch, und dann habt ihr ein schönes Video zum Wochenende, bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit, euer Toto, Clashed. Bis zum nächsten Mal.